so herzlich willkommen zurück zu einer folge wo ich tatsächlich ein bisschen versuchen werde wir haben jetzt das konzept verstanden wir müssen einfach nur hier von dem punkt irgendwo hin rennen oder nicht rennen aber dafür sorgen dass wir und lang laufen können und dass diese damen erwischen am anfang haben wir nur zwei damen hinter uns her und dann aber später noch drei hinzu ich werde einfach die wort die folge lang probieren die 30 minuten hard grinden und vielleicht schaffen wir es und wenn ich dann will ich nächste folge am anfang der folge einfach durchschieden also einfach gottmut aktivieren einmal wieder durchlaufen oder gottmut wieder deaktivieren ja so wir müssen überlegen wie wir kriegen wir jetzt am dümmsten an ich glaube ich locke erstmal beide auf diese seite und sorge dann dafür dass sie mir folgen macht das sind ich habe keine ahnung jetzt so da sind beide also ich kann auch direkt hier durchgehen dann wo ist die andere ah ok dahinter ok 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 lasst mich überlegen lasst mich überlegen wir müssen in die also für euch in die richtung über die kontakt behalten hier leute damen meine damen oder weg eines da ja ok ok bei der da also ich dachte ich dachte schon also dürfen sich auf jeden fall nicht aufteilen wenn die sich aufteilen haben wir verkackt verstehe die eine block die andere ja da kommt rein nein die andere jetzt sind die beide rum das ist nicht gut warum kommen sie nicht rein ich dachte die kommen rein gut drauf geschissen wir wissen wo sie lang wollen und zwar hier lang wo doch nicht ja eben kommen die denn überhaupt nicht hier rein oder wie jetzt weil eben wenn sie da vorne durch die tür nicht reinkommen sie können ja gar nicht reinkommen oder das heißt hier an dem punkt ist erstmal safe das heißt wir haben denn jetzt wenn wir jetzt da weiter gehen es nur noch nur noch mit dreien zu tun und nicht mit fünf und wir haben von jetzt keine verschnauft pause ich traue dem ganzen überhaupt nicht vor allem weil er jetzt erzählt die derzeit herum rennen oh leute ich weiß nicht was mich erwartet gut hier sowieso erst mal ja die laufen immer noch beide darum okay selbst kommt definitiv nicht nach na na Mist war schon zu nah na verdammt so hier kommt ja nicht rein ne ja die kommen definitiv nicht in den raum rein okay gut das ist schon mal sehr beruhigend das heißt dann habe ich hier schon mal von denen meine Ruhe was mache ich hier oh mein gott ich muss die rechts näher kommen lassen aber wie ich muss sie so lotsen dass sie möglichst links läuft läuft dass ich rechts an ihm vorbei kann ich glaube das sieht gut aus oder ich hoffe der platz reicht verdammt reicht natürlich nicht das ist ja deprimierend dass der platz da nicht reicht um einfach dran vorbeilaufen zu können so was heißt hier ist von Anfang an eine eine hinter mir her okay vielleicht kriegt sie hier wobei jetzt habe ich eine links eine rechts macht ja gar keinen Sinn verdammt ich kann ich vielleicht kann ich bei dir hier rein los ich weiß halt nicht kann ich jetzt hier einen kreis drehen ne ne vor allem vor allem ist es ja drei ja da die dritte oh fuck alter gut zumindest habe ich jetzt alle drei in sicht kontakt ich weiß also wo alle drei sind das ist schon mal beruhigend ich weiß aber jetzt nicht wo ich jetzt langlaufen kann um zu irgendeinem ziel zu kommen kann ich jetzt da kann ich jetzt ach man gut man sieht sowieso nichts kann ich jetzt da einfach langlaufen und komme da zum ziel weil es sieht aus wie dead end wenn ich ehrlich bin gut ich sage zumindest erstmal dafür dass ich alle drei bei mir ein sichtfenster habe wo ist die dritte okay jetzt habe ich alle drei in sicht das könnte was werden ja 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 das wird was ich weiß nicht was es wird ich habe keine ahnung sind dort beide eine rennt rum verdammt eine rennt rum ah jetzt sind sie da ja okay alle drei da ich muss sie hier kann ich hier kann ich irgendwo langlaufen ne nicht wirklich ich glaube hinter mir ist nicht ich muss mal ganz was gucken ob hinter mir es ist das bescheuert okay da ist eine tür ah nee da kann ich langlaufen ich kann hier rein bringt mich das weiter wenn ich jetzt so ja 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 alle drei sind auf dem Haufen ja geil geil alle drei sind auf einem Haufen das ist gut das heißt ich kann jetzt hier ganz langsam rückwärts laufen und alle drei müssten nachkommen können gut die eine schlägt sich wieder durch das Gitter durch sehr geil ich glaube ich muss dann nach links und dann hinten links abbiegen ich glaube ich glaube jawoll boah ich habe zum ersten Mal in meinem Leben diese Passage geschafft ey ihr Digga oh einmal und nie wieder ich schwörs euch so die Frage ist was müssen wir jetzt hier machen da ist ein leeres Regal ok ich hoffe nicht dass wir jetzt irgendwas holen mussten denn wenn doch bin ich gefickt oh da ist eine Blume da ist ein Paul oh mein Gott ich bin gerettet oh mein Gott das ist ganz vieles Zeug ich will ich will ich will das alles haben kann sein dass wir jetzt in der unteren Etage sind in in der in der zweiten oh Leute yes so hier ist eine Blume was hat die Blume zu bedeuten gibt es hier Shaiyong wie ist das Spiel von Avatar Digga ich hoffe es gibt hier jetzt keine Frauen mehr also diese Frauen mit die wir gerade zu tun hatten wo sind wir denn hier gelandet was ist das für ein billiger Abstieg ok wir können einfach runter die Frage ist wollen wir runter oder wollen wir lieber mal gucken was hinter dieser Tür hier ist achso gar nichts na nice gut dann wollen wir doch runter und hier ist meine Kistenzaron oh das ja cool dann können wir jetzt gleich unser habe ich die Kiste gehabt mit meiner Waffen verhauen bin ich dumm ja scheinbar ja cool dann haben wir jetzt wieder unsere Wunder und unser wunderschönen Fletch haben wir ach ok 180 sekundärer Angriff war es ok nicht 140 ja wir haben wieder unsere wunderschöne Waffe und wir haben sogar noch Kleber und Stab falls wir irgendwann mal wieder so eine Axt so einen Axtkopf finden sollten so ein Axtkopf so So, also was das erste war, keine Ahnung was auf deutsch bedeutet, weil da Wörter drin waren, die ich nicht kenne, und die zweite ist, wenn ich eine Chance hätte, diesen Ort zu verlassen, würde ich das, ich sag mal so, ich hab ne Chance, den Ort zu verlassen, aber ich mach immer noch weiter, und das nur für euch, okay, Entschuldigung, das passiert nie wieder, ich schwörs, es ist hier so verdammt ruhig, ich trau dem ganzen Scheiß hier nicht, Oh, noch ein Fletchhammer, da ist lockt, da ist auch lockt, na gut, hier gibt's eh die Bücher, die braucht keiner, Ich höre was I'm carrying too much Oh, Salami, da sag ich hinein Ähm, was das so viel Tragen angeht, da kann ich zum Beispiel ein bisschen Abhilfe schaffen, indem ich die Sachen hier benutze, um damit ein bisschen Binden zu machen So, jetzt kann ich die binden Und wir haben fucking 50er Stack an Binden Leck mich am Arsch Ein Glück, wie die Dinger nix Äh, du kannst doch da unten Ich weiß eigentlich nicht, was wir mit dem Dinger machen sollen A type of steroid that allows faster focused attack Was heißt das? Focused attack, ist damit die sekundäre oder die primäre Attacke gemeint? Was für focused attacks? Es gibt sogar, es, hä? Effected for two minutes Wie immerhin anderthalb Das heißt, das hier sind alleine drei Sechs Und damit 15 Pfund Für die ganzen Für, für, für sechs Tabletten Gut, okay Sind ja immer zwei Aber halt für ein paar Tabletten 15 Pfund Leck mich am Arsch Das hier sind mittlerweile auch schon 18 Pfund Haha Aber die will ich halt nicht missen Weil die Dinger, die können uns echt den Arsch retten Ähm Essen kommt nach Essen Warum ist das Ganze noch da oben? Danke Wir haben wieder 170 Schuss Das ist ganz geil Ach nee, wir haben immer noch 170 Schuss Wir haben die ja jetzt umrundet Und nicht attackiert Ja, ich Ich will das Ganze eigentlich alles behalten Ich meine, gut Hier ist noch eine Wasserflasche Die kommt auf jeden Fall weg Hier haben wir noch 3er Magazin Wir haben Hunger Ich könnte also zum Beispiel Das hier essen Dann sind wir wieder knapp unter 180 Ist das nicht herrlich? Ich möchte sterben So, speitern Und dann gucken wir mal, was hier abgeht Ah, wir können wieder raus Aber ich glaube, ich bin hier Genau, ja, wir haben bereits alles gesäubert Oh Ah, die War vorher auch schon offen Natürlich spawnen wieder welche nach Weißte was Die ist vollständig Die nehme ich auch mal mit Und packe die draußen auch mit auf den Haufen Einfach wollte ich jetzt doch mal ein bisschen mehr Oh Spawnen die ganze Zeit irgendwelche Viecher nach Mann, mein Samina braucht ja ewig um Äh Warum gehe ich jetzt jetzt hinter den Berg? Guck, was höre ich hier Und was läuft hier rum Nein 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 Ich habe gerade noch schritte gehört. Kann es natürlich sein, dass es immer noch über uns die Damen sind, die da rumlaufen, dass sie die ganze Zeit Geräusche machen. Kann ich nicht irgendwas, ich kann doch Energy Twink nehmen, um Stamina Boost zu bekommen, weißt du was, ich mache es anders, guck mal das hier, das hier sind 17 Pfund, ich klicke die einfach erstmal hier ab. Oh. Will ich schon wieder Steine werfen? Oh come on. Achja siehste, kann ich ganz vergessen, vielleicht schon mal mache ich diesen Schritt nach vorne. Das habe ich nicht vergessen. Wie konnte der Spieler daneben gehen? Da kommt er. Komm her. Komm zu Papi. Call me daddy bitch. Alter, wie viele kommen denn jetzt noch? Der schöne Hammer direkt wieder kaputt? Ah, da draußen auch schon wieder Gegner, bestimmt ne? Ich weiß, es ist immer noch das gleiche Wetter. Du darfst doch keine Gegner bespawnt sein. Du kannst auf jeden Fall hier bleiben. Du kannst auf jeden Fall hier bleiben. Du kannst auf jeden Fall hier bleiben. Die werde ich hier wahrscheinlich eh nicht nutzen. Ich kann auch mal von jeder Farbe eine mitnehmen. Wer weiß, vielleicht können wir die gebrauchen im Plan mal. I don't know. Mal Adrenalin. Weiß ich nicht mal was ich damit anfangen soll. Ganz ehrlich, 19 Äpfel. Braucht keine Sau. Energy Drink kann ich nur so zwei mitnehmen. Vielleicht auch vier. Hier. Die restlichen bleiben einfach hier. So. Du kannst auf jeden Fall hier bleiben. Und dann sollten wir eigentlich schon wieder... Oh, ich darf nicht richtig bleiben. Äh, dann sollten wir eigentlich schon wieder ordentlich runter sein vom Gewicht her. Aber man wird immer noch so viel Gewicht. Wir haben immer noch über 110 Pfund. Brauchen die Waffen so scheiße viel? 7... Aber mal 15... Aber mal 25... Oha, 37. Aber wir haben auch nicht. Ich habe mit 37 Pfund. Kommt die 8... Äh, steht die anderen 70 Pfund... Äh, 90 Pfund ja. Also auch noch mal 10 Pfund. Wo kommt das ganze Gesicht her, sag mal? Ich verstehe das grad nicht wirklich. Ich lege mal hier alles ab. Okay, auch noch mal. Aber noch 10 Pfund. 62 Pfund haben wir noch. 62 Pfund haben wir noch. Wir haben nichts mit so viel. Achso, warte ganz kurz. Ja gut, langsam kommen wir in den Bereich, wo es denn doch realistisch sein könnte. Hier haben wir vier. Da haben wir noch mal. Na, ja doch, ja doch. Okay, also jetzt haben wir noch 30 Umfällen. Okay, jetzt wirklich einfach die Menge an Sachen. Das ist ja Bullshit. Das ist ja richtig blöd. Wir brauchen echt mehr Möglichkeit Sachen zu tragen. Äh, du warst da? Nein. Du warst da. 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 Und du warst da. Achso. Und du warst da. Ja, hier oben sind immer die Steine. Die seht ihr immer gar nicht. Ich gehe direkt hinter meiner Kamera. Äh, ja. Hier will sie wieder was. Okay. Warum war war ich so extrem? Nein, ich habe gerade die 5 gedrückt. Egal. Egal. Ist bloß einer von 50. Das überlebe ich schon. Gut. Dann, ähm. Gehen wir noch mal rein. Und erledigen jetzt unseren Job. Mit ein bisschen weniger Gewicht. Naja. Wir haben immerhin wieder 70 Pfund frei. Minus das, was wir abgelegt hatten. So. Jetzt aber, naja, immerhin 50 Pfund frei. Irgendwann haben wir 50 Pfund frei. So. Wir müssen mal gucken, was genau möchte der Spiel jetzt von uns. Hier war ja überall alles zu. Genau. Hier war die Tür, wo wir vorhin reinkommen sind. Das heißt, wir können jetzt hier... Hier waren wir noch nicht. Genau. Die Türen, die haben wir alle überprüft. Die sind alle leer. Äh, verschlossen. Ach ne. Von hier kamen wir. Das war die Tür, die wir gesehen haben. Okay. Hallo? Hier mal da. Wunderschöne Toilette. Aus ist Gotts Door. Gotts, wo war denn der nochmal? Achso, klar. Das war da oben, wo wir... Ja. Da, wo wir auch diesen Zettel gefunden haben. Den hier. Okay, das heißt, wir können jetzt da rein. Warum ist das so hell? Achso, wieder Lampe. Oh. Nochmal die Waffe. Nice. Hätten wir sie ja doch wegwerfen können. Hier ist eine Tür. Gut. Dann gehen wir mal hier weiter lang. Kann man solche Sachen eigentlich kaputt machen? Nee, gar nicht. Wieso bin ich Tired? Wieso bin ich Tired? Ich bin Ronny Bartmann. Nicht Tired. Das ist ein hässlicher Name. Gut, hinten gibt's gar nichts. Das ist natürlich sehr die Premiere. Oh doch, hier. Spritze. Oh, lass ich halt mal. Ja. Mehr gibt's scheinbar nicht. Ja gut. Den hätte man auch gleich mitnehmen können. Aua. Na dann ab nach Hause. Das heißt aber, wir haben jetzt den Bereich hier, den ersten von den drei Bereichen haben jetzt komplett abgeschlossen. Nehmen wir den Kleber mit. Ach, die sind Binden. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ne, das war gar keine Binden. Ach, kann sein, dass er die nicht mehr decken kann? Oder kann das decken? Und wir haben schon wieder Tabletten gefunden. Damn, wir haben wie viele Tabletten, alter. Gott, wir haben nie wieder Hunger. Ja, das sind definitiv diese Frauen, die irgendwo rumlaufen. Okay, das heißt wir haben den Raum soweit geschafft. Hier kommen wir nicht rein, genau. Den ersten Raum haben wir damit. Den ersten Bereich. So, mit dem Schlüssel können wir jetzt in den dritten Bereich. Also in den Bereich, der bei dem Zettel da war. Weil da war ja auch dieser komische Foodraum. Man, geh weg hier. Danke. Hier scheint es nichts mehr zu geben. Okay. Okay. ... ... ... Ich stehe jetzt auf dem Wetter, ey. So. Der Fuhtraum. Und da ist die sagenumwobene Tür, die wir so eben auch geöffnet haben. Wuhu. So. Wuhu. Alter. Boah, hab ich mich grad verjagt. Vor allem, ich wollte... Ich... Ich wollte vor allem grad sagen, da kommt bestimmt noch ein Monster. Und hat jetzt auch schon die Waffe gezogen. Und während ich das sagen wollte, dass ein Monster kommt, kommt das Monster an und verjagt mich. Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch nicht mehr Feuerwehr. Uh. Oh Gott, wir werden so hart überladen sein. So, einmal Kleber reicht, ein Stock reicht auch aus. Hier haben wir noch schön Munition. Da haben wir noch mehr Munition. Oh ja, aber die werden sie lappen. Die werden sie spritzen. Alter, ist er hier richtiger... Vollmonteur. Ja, noch mehr Kleber brauchen. Ah ne, ist das Kleber? Sieht so aus wie Kleber, ne? Ach ne, das ist... Was ist das denn? Uh. Feuerzeugfusel. Sechsmal. Ich habe keine Ahnung, wie viel das bra... Ah, Wack und Empty Bottle. Bottle. Jetzt können wir Molotow Cocktails machen. So. Wir haben, ganz ehrlich, ich glaube, Pickaxe... Ach, Kopf. Will ich das noch haben? Ich meine, ganz ehrlich, es ist zumindest zusammen mit, ähm... Was ist denn das? Hä? Hä? Das ist ein vollwertiger Schledger... 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 Wollt ihr mich urinieren? Gut, ich wollte gerade sagen, wir können aus dem nochmal Kleber und dem Ding nochmal eine Backupwaffe bauen, aber... Wir haben gerade eine neue Backupwaffe, die beste ist als jede andere Backupwaffe. Oh mein Gott, wir werden so hart sterben. Gut, dann kann das hier doch definitiv wieder weg. Ja, doch, kann weg. Wir haben immer noch die Axt. Wenn wir ein bisschen extravagant gehen wollen, können wir was damit machen. Mehr brauchen wir nicht. So, das können wir direkt einnehmen. Hier haben wir noch... Vier mal... Syringes. So... Du nach da... Du nach da... Dann... Dann brauchen wir endlich mal die ganzen Spritzen hier auf. Warum fehlen da welche? Ach ja, wo ich rausgelegt habe. Ähm... Das war jetzt gleiche? Nein. Doch, die ist was an, bitte ich's. So, und dann haben wir hier noch eine... Die wir angeblich mit Steroiden und mit Schrotflinken kombinieren können. Ich habe nur keine Ahnung, was das bringen soll. Ich dachte, jetzt kommt so eine BFG 9000 oder irgendwie sowas. I don't know. Ist das dumm? So, haben wir hier noch eine leere. Fange ich mal dazu. Ja. Jetzt haben wir wieder 20 frei. Mit dem zusammenmixen. Jetzt haben wir hier nochmal... Da sind 3 drin. Hier sind 4. Und schon haben wir wieder eine 7er. Sehr geil. Noch mal ein bisschen Gewicht gespart. Ähm... Alles andere sieht erstmal aus, dass wir was gebrauchen können. Ja. Ja. Okay. Dann äh... Speichern wir mal. Und würde mal sagen, dass sonst was mit der Folge auch an der Stelle erst mal gewesen sein. Das heißt, wir fechern nochmal richtig. Das ist Folge... 19? Ja. Ja. Und dann... Bis bei einer späteren Folge. Drei... Ja. Ja.